Also fürs heutige Sonntagsspiel habe ich sehr tief in die Uralt-Grabbelkiste gegriffen. Ich spiele Daisys Garten aus dem Jahre 1995. Das ist ein Zuschauerwunsch von Dr. Peter Langton, den kennt ihr aus manchen Formaten. Und dieses Spiel hat wohl einen gewissen Charme. Player Daisy, naja. Bevor sich die ersten Leute wieder beschweren. Natürlich ist das Spiel jetzt hier nicht Breitband-Unterdeh. Warum auch? Also ich werde jetzt hier auch nicht für jedes Random Game irgendwelche Balken an die Seiten packen, damit das schön aussieht. Nee, dann mache ich es eben wieder auf 640x84 und gut ist. Der Sound. Oh. Ein schöner Garten, den Daisy da hat. Mit lustigen Geräuschen. Was mache ich jetzt mit dem Wurm? Da kann ich den töten oder muss ich da jetzt geschickt vorbei? Und Fall Damage kriegt sie hoffentlich auch nicht? Ey, Daisy, du hältst dir einiges aus. Deine Stiefel, die sind sehr gut gefedert. Wow, wieso ist das Bild jetzt... Nein, was habe ich gemacht? Scheiße, ey. Option. Nee, ich will das Bild jetzt wieder anders machen, weil das ist größer geworden. Daisy, Mann. Ich kann es auf Deutsch stellen. Abbruch. Nein. Wieso ist das Bild jetzt größer? Ich habe hier aus Versehen auf irgendwas gedrückt. Rekord. Yeah. Na dann weiter, oder? Mit dem zweiten Garten. Ja, Daisy hat halt mehrere Gärten. Geht es ja so weiter? Oder muss ich hier auf irgendwas noch klicken? Ja, äh, Start, oder? Oder ist ja jetzt wieder Garten Nummer? Nein, wie kann ich den nächsten... Nein. Oh je. Start in Garten 2, okay. Ja, ja, man muss sich hier erstmal zurechtfinden. Ich habe doch jetzt... Ja, ich habe Rekord noch 30 Punkte. Das ist ja schön, aber kann ich jetzt hier weiter machen, oder? Oder ist das jetzt das ganze Spiel? Das war jetzt die Demo, oder was? Schneller? Nee, langsamer? Nee. Nee. Hallo, Daisy. Lass... Lass mich... Was war denn das jetzt? Also ich bin in Level 2, das ist die gute Sache. Aber ich weiß nicht, was da gerade zu hören war. So langsam wird mir klar, warum langt er das Spiel feiert. Er mag ja immer solche, ich nenn's mal, absurden Sachen mit solchen Geräuschen. Ähm, wie komme ich denn da hin? Also erstmal den Wurm vorbeilassen. Ganz viele Blumen für mich. Und obwohl ich das ja geschafft habe, sollte ich herausfinden, wie ich da hinkomme an diese Blume. Dann wird die Herausforderung wieder sein, das nächste Level zu getreten, weil ich keine Ahnung habe, wie ich es wohl geschafft habe. Kann ich denn springen oder sowas? Kann ich springen? Spring mal, Lazy! Gibt's hier ne... Gibt's ein Handbuch hier? Wie spielt man? So, naja... Es wird wahrscheinlich der Wurm durchgekommen, oder? Nein, 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 nein. Wie spielt man so? Runter... Was ist das denn jetzt für mich ja nicht richtig im Bild hier? Ich heb das mal noch ein bisschen weiter, ich werde jetzt sterben. Ich hab gesehen, das ist ja... Ja, ja. Der Wurm hat mich gekillt, aber ich muss erstmal gucken, wie ich mich da hin bewege. Daisy klettert nach oben. Daisy gräbt ein Loch. Taste Bild nach unten. Taste N. Würdest du mich komplett verarschen? Daisy versucht auf das Spielfeld zu kommen, wenn ihr Weg nicht zu schwierig ist. Rechte Maustaste auf den Boden. Aha, das geht also auch. Ja, okay. Back und... Also ihr merkt schon, das Spiel ist... so, dass ich erstmal eine ganze Weile gucken muss, wie es überhaupt funktioniert. Also jetzt kann ich irgendwie mit der rechten Maustaste hier einen Dockgraben, oder was? Oh! Und jetzt... geht's nicht mehr. Jetzt bin ich hier eingebaut. Oh! What the fuck, ey? Was ist das für ein Spiel? Aber jetzt kann ich hier wieder nicht weitermachen. Ich kann nur einen Dockgraben, oder was? Ja, ich kann ein Lochgraben, und dann ist es wieder vorbei. Oder dann ist das eine Loch muss erst verschwinden, und das nächste gegraben werden kann. Nö. Ich drücke hier gerade. Man hört's. Gut, also ich hätte zuerst alles da unten ein sollen müssen, dann schneide ich den kompletten Weg wieder hoch, und dann hier das Loch graben. Also das ist ja... Kann ich jetzt nächstes Level machen? Geht das? Äh, wie habe ich das jetzt gemacht? Optionen... Kann ich hier weitermachen? Jo, ich glaube schon. Okay. Ja. Jetzt hoffentlich weiter. Ich check hier gar nichts, ey. Was ist denn das? Was? Ja, ja, Rekord. Ja, Mensch. What the hell? Illustrierung, Hilfe. Wie spielt man? Wie darf ich ins nächste Level spielen? Muss ich's erstmal laufen? Vielleicht muss ich's einfach auch laufen lassen. Vielleicht muss ich mir den Rekord angucken, dann geht's automatisch oder lass ich was klicke oder sowas. Das Spiel verwirrt mich echt maximal, leider. Oh, ich muss vielleicht noch auf Start drücken. Es ist nicht zu glauben. Okay, jetzt hier runter, weil da so ein komischer Berg kommt. Oh, was ist das? Ja, jetzt weiß ich wenigstens, wie ich hier an alles ran komme. Ich muss muss was runterfallen. Oh nein, der verfolgt nicht. Dieses Spiel, ey. Es gibt ja noch einen zweiten Teil, aber den kann ich irgendwie nicht spielen. Weil das bloß ein Bild ist auf dieser Seite hier. Also ich bin maximal verwirrt. Wo muss ich denn jetzt hin? Hä? Also ich sammle... Oh nein. Nein, nein, Daisy, greif den an. Scheiße, ich glaube, langsam mag dieses Spiel bloß wegen des Schreis, dem sie ausstößt, wenn sie getroffen wird. Warum muss ich denn jetzt hin, denn da? Ich weiß gar nicht. Hä? Ich muss wahrscheinlich da oben aus dem Bild, ja. Ja, ich hätte gar nicht irgendwie abbiegen müssen oder so. Ich vermute einfach mal, man kann da durch den Boden und dann quasi da das Level beenden. Dieses fucking Spiel, Junge. Nein! Wieso nenne ich wieder Level 3? Wieso denn... Nein! Wieso denn Level 3? Optionen? Das? Okay. Und Start. Ja. Taste drücken. Wie komme ich aus? So, ich muss hier noch graben, oder? Oder kann ich da oben durch? Ich bin sowas von verwirrt. Also unfassbar. Ich weiß halt auch nicht, ob ich solche Gegner angreifen kann. Ich weiß nicht, ob ich hier ein Loch graben kann mehr. Ja gut, also ich glaube, das Level ist mir zu hart. Mal mal mal. Ich hoffe, ich kann überhaupt das nächste Level getreten, wenn ich so nicht... Ach ja doch. Ich habe es gerade nur nicht getroffen. Okay. Und Start. Wir können zumindest die Level angucken. Das ist gut. Hier hin und aufpassen, dass mich der Bogen nicht trifft. Achso, ich konnte da nochmal so rüber. Shit. Das wird nix. Boah, boah, boah. Soll ich mir ja auch einfach die besten Sachen angucken. Habt ihr das gerade gehört? Das war wahrscheinlich die Gegner, der an dem Seil dran war. Ne, jetzt hat das nicht gemacht, dass wir euch. Hä? Was passiert denn hier? Ja, okay. Und dann müsste ich da auch irgendwie wieder ran an den Apfel extra. So, jetzt machen wir mal hier extrem. Ich habe die Schnauze für Level 50, Alter. Ich bin bereit für Level 50. Oh. Um ein gültiges Passwort zu erhalten, schicken Sie bitte die Seriennummer und 20 DM oder 15 US-Dollar an folgende Adresse. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob der Mann noch lebt bzw. ob er noch da wohnt. Also, was will er denn? Was ist hier? Ich nehme jetzt irgendein anderes. Level 33. Kann ich das spielen? Oder ist das auch zu weit? Ja, ist auch zu weit, also. Ih, das Geräusch, wenn ich jetzt wieder... Was ist das denn? Junge, was ist denn hier los? Ey, das ist ja mal das übelste Meme-Spiel, oder? Das ist ja Wahnsinn. Na hier, Level 17 wird ja wohl funktionieren. Ich will jetzt irgendwas aus und gucke, was ich noch machen kann. Man kann nicht mal Level 17 spielen mehr. Was? Hä? Optionen. Also... Aber ich kann jetzt hier die ersten noch irgendwie ausüben, oder? Level 11? Was ist damit? Ah ja, das geht. Also Level 11 kann man spielen. Hä, warum bin ich jetzt da direkt reingefallen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Sie ist direkt in den Boden gefallen, obwohl da... Also es ist ja das Gras noch. Ich dachte, wenn das Gras noch oben liegt, dann kann man doch nicht durch den Boden fallen. Aber sie ist durch den Boden gefallen und ich kann nichts machen. Daisy! Ui! Oh, Moment. Das will ich mal probieren. Ja, 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 ja. Was war kackt? Ich hab's gesehen. Ach ja! Jetzt sehe ich, was der macht. Also der Club mit den Apfel und deswegen macht er so... Nein! Was macht sie denn? Das ist ja mega blöd, das Level. Ähm... Okay. Aber wie mach ich denn das, dass der mich nicht kriegt? Der ist genau da, wo ich auch bin. Das ist ja mega doof. Hä? Ich kann ihn gar nicht austricksen, oder? Satt! Also dieses Spiel, ne? Das ist... Das ist... Hä? Wow! Ich... Weiß es nicht. Das Passwort ist daisy. Jetzt werde ich das nächste Level spielen. Weiß das Passwort. Wie kann man ihn in mehrere Löcher graben? Ich hab grad kurz ein Video gesehen und da konnte das jemand. Aber ich kann's einfach nicht. Aha, man kann so hintereinander die Löcher machen. Also das funktioniert. Jetzt macht sie's. Also... Wie auch immer, oder? Ich... Äh... War... Die meiste Zeit verwirrt, was hier vor sich ging. Hahaha. Nun dann. Ähm... Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!